Markus Beusen ist ein deutscher Schauspieler. Leben Markus Beusen ist der Sohn des Theaterschauspielers Rolf Beusen und Bruder des Regisseurs und Bühnenbildners Per Beusen. Er erhielt seine Schauspielausbildung an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Hamburg. Seine erste Fernsehrolle übernahm er 1976 in Wolfgang Petersens legendärer Tatort-Folge Reifezeugnis, wo er das von Nastasja Kinski erschlagene Tatopfer spielte. Sein Debüt am Theater gab er an den Münchner Kammerspielen als Mickey Malloy in Eugene O'Neill's Fast ein Poet. Bis 1984 gehörte er zum Ensemble der Münchner Kammerspiele und spielte unter anderem 1981-82 die Titelrolle in Torquato Tasso, bevor er an das deutsche Schauspielhaus Hamburg wechselte. Beusen wirkt vor allem als Theaterschauspieler und stand unter anderem noch auf folgenden Bühnen, Schauspielhaus Bochum, Schauspiel Frankfurt, Schauspielhaus Düsseldorf, Deutsches Theater Berlin, Bayerisches Staatsschauspiel München, Burgtheater Wien, Thalia Theater Hamburg. Zudem stand er immer wieder in Fernsehserien wie Derrick, Der Alte, Kanzleramt und Tatort vor der Kamera, verkörperte aber auch Rollen in Fernseh- und Spielfilmen. Seit seinem aufsehenerregenden Fernsehdebüt als Fiesling in Reifezeugnis ist er dieser Rolle weitgehend treu geblieben und spielt vorwiegend kriminelle Firmenchefs, eiskalte Manager, arrogante Anwälte und so weiter. Auszeichnungen 2008 Rolf Marrespreis für seine Darstellung in Blackbird in den Hamburger Kammerspielen